Heute ist der erste Tag nach Weihnachten, wo man wieder einkaufen gehen kann. Warum sind Sie heute im Messepark? Ja, wir sind hier im Urlaub und haben jetzt die Feiertage ganz ruhig verbracht und jetzt dachten wir, wir gehen einfach mal bummeln, so direkt danach. Ich bin jetzt hier mit meiner Cousine aus der Schweiz und wir wollten einfach mal ein bisschen gucken, vielleicht Angebote schauen und sowas alle. Also, wir wollten heute etwas umschauen im Messepark. Ich bin mit meinem Vater hier. Ich habe Schuhe gekauft, die ich im Ausverkauf erstanden habe. In dem Fall sind Sie nicht hier, um Weihnachtsgutscheine einzulösen oder Sachen zum Umtauschen? Nein. Weil ich auch noch weitere Geschenke kaufen möchte. Und Sie sind nicht hier, um Gutscheine einzulösen oder Geschenke umzutauschen? Ja, auch das. Ja, also mein Kollege hat die Kopfhörer dafür gestern und jetzt werden wir sie jetzt holen. Also, bist du nicht hier, um Gutscheine einzulösen oder Geschenke umzutauschen? Ja. Nein, aber noch am Nachmittag starten den Kofi wahrscheinlich noch was. Ja, wir haben heute noch frei. Jetzt geht man halt noch ein bisschen auf die Tour, geht noch ein bisschen shoppen, aber jetzt nicht aufgrund von Gutscheinen oder wenn man gerade den Willen hat. Wir sind in Alverschwende in der Skihütte zum Skiurlaub, aber ohne Schnee ist nichts mit Skiurlaub. Meine 20 Prozent. Also sind Sie nicht da, um Gutscheine einzulösen oder Geschenke umzutauschen? Nein, ein bisschen flanieren, vielleicht ein bisschen einkaufen und das Leben genießen. Danke. 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 Danke.